Okay, der Pinkel-Simulator, 9000. Ah, ich muss blinzeln. Was soll ich denn noch alles machen? Wie soll ich denn pinkeln, blinzeln, atmen? Hallo zusammen, mein Name ist der Wirt im Spiel, Manuel Samuel. Und schaffen wir die 1500 Likes innerhalb von einer Stunde, lade ich so schnell es geht den nächsten Part hoch. Los geht's! Am besten mit Controller spielen steht da, warte mal. Controller habe ich hier, anmachen. Controller. Und ich habe es mal angespielt, also ich habe den Prolog schon mal angespielt. Da werde ich euch gleich mal erzählen, was da drin vorgekommen ist. Es ist auf jeden Fall ein mega krasser Spiel. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo es da weitergeht. Ihr seht schon, sehr, sehr fertiges Spiel. Ich muss alles manuell machen. Ich muss blinzeln, ich muss atmen, ich muss halt laufen. Alles muss man manuell mit dem Gamepad machen. Wenn man nicht blinzelt, dann verschwimmt so die Sicht, weil die Augen halt immer roter und träniger werden. Und hintergrund dessen, ich bin quasi gestorben. Oh. Ich bin quasi gestorben. Und der Tod gibt mir eine zweite Chance, wenn ich quasi einen Tag überlebe, in dem ich alles manuell machen muss. Ihr seht gerade, ich laufe gerade rot an. Ich sollte mal ausatmen. Ah ne, einatmen. Das ist voll cool. Okay, wir versuchen jetzt mal dahin zu laufen. Achtung. Das ist, glaube ich, richtig viel Arbeit, jetzt hier durchzuspielen. Aber gut. Warte. Nein, falsche Knopf. Und wenn man falsch drückt, dann knackt der auch so zusammen so komisch. Sam's Vision ist blurrierter als ein norwegischer Teenager at a wedding. Oh, blinzeln. Das kann echt stressig werden. Zähneputzen, warte. Nein. Warte. Sam hat ein paar Probleme mit seinem Posture. Da sind zu viele Knöpfe, ohne Scheiß. Okay. Warte, blinzeln. Atmen. Und Zähneputzen. Kann ich gedrückt halten? Nein, ich muss immer drücken. So, ein bisschen blinzeln. Das ist so krank, das Spiel. Yeah, saubere Zähne. Aber der Rest sieht noch richtig scheiße aus. Ja, warst du? Das ist voll überfordernd. Jetzt geh'n wieder hoch. Ah, falsche Beine. Okay. Oh. Äh, warte, warte. Hey, dude. Have you seen my... Oh. Das ist voll gut. Okay. Der Pinkel-Simulator. 9000. Ah, ich muss blinzeln. Was soll ich denn noch alles machen? Wie soll ich denn pinkeln, blinzeln, atmen? Nein. Ich meine, warte, der Rest nicht. Oh, ich muss blinzeln. Warte mal. Guck mal, atmen jetzt muss ich dann sauber. Wie warte? Okay. Ah, falsches Bein. Das wird uns so oft passieren, ne? Ah, ich kann duschen gehen. Ach, dein Ernst? Warte. Nochmal neu. He looks like a Mantis. That's trying to explain to someone how a bicycle. Nein, falsches Bein. Warte, atmen, 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 atmen. Ausatmen. Blinzeln. Ausatmen. Atmen. Blinzeln. Bin ich jetzt mal ein langer Fettchen mit reinigen? Oder muss ich noch mehr Seife holen hier? Ah, Haare noch. Warte. Kann ich auch irgendwie unten rumwaschen? Blinzeln. Atmen. Ausatmen. Atmen. Ausatmen. Bin fast sauber. Ach, Hände waschen auch noch. Yeah, ab geht's. Aufmerksam. Das wird so oft passieren, ne? Ist das so wie Sims, dass jemand meine Bedürfnisse befriedigen muss? Mal, hör doch mal auf. Atmen. Blinzeln. Weiter geht's. Hallo. Wo waren denn meine Anziehsachen? Ja, warte doch. Ich bin übrigens ein reicher Typ, wie man hier an der Wohnung sehen kann. Warte. Atmen. Ausatmen. Atmen. Ausatmen. Blinzeln. Und Tür öffnen. Ich krieg so viele Errungenschaften, die seht ihr gar nicht. Die seht ihr gar nicht. Aua. Okay, nehmen wir. Warte. Wie viele Knöpfe soll ich denn hier drücken? Oh, ging. Warte. Jetzt eine Jacke finden. Alter, er hat ja ein riesiges Ankleidezimmer. Okay. Über den Kopf. Was war das denn jetzt? Ah, okay. Perfekt. Angezogen für den Tag. Wenn ich einen Tag manuell überleben müsste, dann würde ich doch nicht... Dann würde ich einfach zu Hause bleiben. Ja, genau. Schuhe noch. Ah, gut. He puts on his shoes. Living the dream of having shoes on. Oh, ich muss blinzeln. Und laufen. Madex hat immer zusammen. Und atmen. Konzentrier dich. Das muss ich wieder fertig machen. Nicht mehr dreckig. Warte, blinzeln. Atmen. Farbe ist gut. Läuft. Außeratmen nicht vergessen. Läuft auch. Flappy Rooster is Sam's favorite game. He has no time for playing with a Flappy Rooster right now though. Jetzt nimm es doch. Was war das denn? Oh, ganz wertvoller Wein von 1901. Guck mal, der Tod ist überall. Noch am Leben, ja? Der geht immer so schnell kaputt. Und atmen. Wenn man zu lange ausatmet, ist das auch nicht gut. Achtet mal. Oh. Das wird ein langer Tag. Ich glaube auch. Wie oft atmet man denn am Tag? Zum Glück muss ich nicht nochmal einen Herzschlag machen. Jetzt muss ich essen. Es ist schneller. Ich muss auch atmen. Oh, Glück gehabt. Gabel. Noch mehr essen. Ab in den Mund. Und kauen. Was ist denn, wenn ich jetzt atme? Oh. Das ist disgusting. Okay, atmen und... Ey, ich muss echt den Knopf gedrückt halten. Wie ein echt. Erst mal atmen und dann essen. Pass auf. Und kauen. Boah, er geht mir auf den Sack. Sein Rückgang geht auf den Sack. Ich muss mich auf den Rückgang konzentrieren. Blinzeln. Atmen. Ausatmen. Essen. Ab in den Kopf. Kauen. Sieht ein bisschen komischer aus, was ihr macht, glaube ich, oder? Hä? Sam finishes his food, like a great boy he is. Good job, Sam. Okay, alles gut. Zwischendurch mal blinzeln. Geile Küche. Sehr groß. Unaufgeräumt. Ah, so eine Scheiße. Da war irgendwas. Da war ein Koffee. Ein Koffee-Waller. Komm. Da, jetzt umdrehen. Blinzeln. Atmen. Oh, der war rot und alle Farben. So, jetzt geht's los. Ich hab doch kalt gepustet. Ich hab doch kalt gepustet. Warte, das nochmal jetzt. Achtung, kalt pusten. Wie soll ich denn so pusten? Oh. Okay, wenn man die in den Augen, das in den Augen packt, ist man auf jeden Fall wach, glaube ich. Jetzt trinken Kaffee, Allah. Out of hope. Sam drops the coffee. Dramatically. Ah. Ha? Ha? Wieder. Scheißegal, ich will keinen Kaffee mehr. Tschüss. Ich muss gar keinen Kaffee trinken. Also, ich hab schon 300 Mal geblinzelt. Warte, atmen wir ganz geil. Das ist mega schwer, ne? Guck mal, da hinten fliegt der... Der Automat von gerade. Sitzung da weg. Da ist er. Warte, soll ich Auto fahren? Wenn ich sonst... Also, wenn ich der Tod wäre, wäre ich, glaube ich, auch so arschig. Das wäre geil. Sam erwacht. Zeitdruckmodus freigeschaltet. Oh, da gibt's auch noch. Okay. Hey, dude. I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That'd be ironic or what? At this point, Sam notices that death isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Heh heh. Heh heh. Heh heh. Nobody has clutched anything for years. Good luck, son. Dein Ernst? Now, while you had the clutch down, press the gas pedal. Ach so, Gas geben. Kupplung, Gas geben. Kupplung, Gas geben. Alles klar, das war dann soweit Manuel Samuel. Falls es euch gefallen hat, lasst es mir bei mir einen Hörner und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Game wieder oder im nächsten Part. Haut rein, tschüss. Penis.